Ich glaube... Ich glaube tatsächlich den... Ja, so nicht, aber ich glaube, den kann ich noch hinkriegen heute, eventuell. So, rennen, 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 rennen. Über da, ignorieren, laufen, rüber, zack, zack, rennen. Einfach hier souverän rüber. Den Idioten ignorieren. So. Kurz warten, macht Pups und weiter, 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 weiter. So. Einfach laufen. Renn, 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 renn. Oh yeah. Jetzt am besten aber nicht wieder runterfallen, sondern laufen. Straight und gesund laufen. Genau. Hier nicht wieder runterfallen. Renn, 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 renn. Okay, das kommt mir gerade aber irgendwie ewig lange vor. Nein! Das denkt euch jetzt aber alle, oder? Ihr denkt euch doch jetzt alle, boah, bist du dumm, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, ey. Egal. Kringeln. Piss dich. Stachel, Hugo. Kurz warten. Renn, 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 renn. Das hält super auf, ey, diese Stelle. Lauf, 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 lauf. Immer mehr in Lauf. So. Gebt Gas, gebt alles. Jetzt kommt die Scheißstelle. So, renn, 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 renn. Kurz warten. Ja, ja, komm, 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 komm. Das kommt einem aber, wenn man wirklich auf Speed spielt, kommt einem das vor wie eine Ewigkeit, wenn du da warten musst. Verpiss dich, Junge. So, jetzt bitte nicht wieder da reinfallen, danke. Gold ist okay. Ärgerlich nur, dass ich da jetzt nochmal durch musste. Das ist durchaus ärgerlich. Dass ich da jetzt nochmal so durch musste. Zack. Gut. Bis jetzt habe ich es geschafft. Wie gesagt, bis jetzt zwei fehlen ja noch. Ich weiß gar nicht, warum ich als Kind, ja, Kind halt, warum man halt gescheitert ist. Wie gesagt, ich glaube halt, äh, es ist viel zu schnell an die Decke gegangen, ich damals. Und, ja, wenn du dich aufregst, dann klappt es halt gar nicht. So. Und nochmal speichern. Und nochmal speichern, weil es so schön war. Also, den haben wir. Fehlt noch der hier. Ah, nee, stopp. Den haben wir. Der hier fehlt, genau. Und der erste, ne. Ich überlege gerade, ob ich eine Aufnahmepause mache oder nicht. Warte mal, ich gucke nochmal rein. Ich glaube, das ist mein, äh, meine Lieblingsausrede gerade für mich selbst. Anstatt Selbstschutz zu machen. Ja, komm. Probieren. Oh. Ich habe gedacht, der ist, ähm, er hätte nicht mal auf den Schatten abgerissen sollen. Ich habe gedacht, der wäre weiter hinten. Aber nein, der kommt auch von zu. Der Schlängel. Ja, komm, verpisst euch. Ihr seid mir so was von egal. Verpisst dich. Du verpisst dich auch. Kann man drunter durch? Nee, kann man nicht. Das ist meine Antwort. Wollte ich halt wissen. Weiter, weiter, weiter. Rennen, renn, renn. Ja. Hup, 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 hup. Rennen, Crash, rennen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, mh. Wenn es dann schnell gehen soll. Ja, egal, weiter. Mann. Weiter, 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 weiter. Hä? Okay, warte. Ich setze mich anders hin und probiere es nochmal. So aber nicht. Unsere 99 Leben haben wir ja noch, weil wir die ganze Zeit Zeitrett spielen. Bei den Robotern müssen wir warten, das wissen wir ja jetzt. Also hier bei denen. Ja, bleib doch nicht acht Jahre in der Luft, Alter. Ja, jetzt mache ich auch blöde Fehler hier. Wenn du einmal Fehler machst, ne? So, weiter, 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 weiter. Hier geht richtig Zeitflöten. Och Mann, ey, meine kostbaren Akku-Akkus. Vor dem hier würde ich einen dritten kriegen. Und könnte dann schön durchrennen, ja. Oh Gott. Ja, komm. Oh Gott. Ja. Egal. Ich probiere sowieso mal mit den Akku-Akkus durchzukommen. Muss ich mich jetzt hier am Anfang mal ein bisschen konzentrieren. Wie damals in der Schule, Franke. Kannst du es schaffen. Du musst nur an dich glauben. Fick dich! Du Huren-Sin. Ja, komm, mach schneller. Weiter. Weiter, 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 weiter. Ah, Mann, ey, der Dreifach-Akku-Akku wäre hier hinten echt gut. Naja, wenigstens habe ich jetzt noch einen. Oh Gott, ich Idiot. Das hätte aber gerade gewaltig nach hinten losgehen können. Verpiss dich. Warte. Rüber da. Rüber da. Renn, renn, renn. Renn. Egal, Uka-Uka. So, weiter, 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 weiter. Ja, die ultimative Geschwindigkeit. Dreifach-Akku-Akku. Okay. Reicht mir. Geil. Das reicht uns doch vollkommen. Man muss auch manchmal einfach bescheiden sein. So. Ach, mein Vater hat es gut. Der konnte einfach mal Uwe da rein tippen. Einfach Uwe. Schöner kurzer Name. Passt genau. Nice. Rest in Peace, Papa. So. Speichern. Aber sowas von. Und nochmal. Alleine schon, um runterzukommen. Uns fehlt jetzt noch ein Relikt, ey. Also. Man sieht, wir haben insgesamt 31. Äh, aber ja. Eins fehlt uns noch, um unten frei zu schalten. Okay. Haben wir. Haben wir. Hier noch nicht. Na komm. Ich probiere es noch in der Aufnahme-Session. Vielleicht klappt es ja noch. Eventuell klappt es ja noch. Ei, 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 ei. Na komm. Ja, ich weiß. Man kann die Sprünge machen, aber. So halt. Oh. Ja. Die Zeit kriegen wir ja gleich gut geschrieben. Mist. Dadurch habe ich jetzt meinen fliegenden Teppich verpasst, Mensch. Oh Gott. Schnell weiter. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich denn da? Das ist ja dumm. Oh, hat aber geklappt. Manchmal wird Dummheit auch bestraft. Äh, belohnt. Nein, nicht bestraft. Verpiss dich. Egal. Nein. Oh, diese blöde Kiste. Weil ich mir da so uneinig war. Oh, bis dahin liefst du aber ganz okay. Ja. Crash. Wenn du nicht durchrutschen würdest. Bis nach sonst wo. Scheiße. Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob ich es mit Doppelsprung rüber geschafft hätte. Oh, wieso? Hau den doch einfach weg und gut ist, Alter. Was ist denn mit dir? Ja, nicht ungeduldig werden. Und dran denken, der normale Zeitschlüssel reicht. Es geht nur ums Freischalten. Ja. Der Dings. So. Scheiße. Vor allem ist der Hard noch gar nicht gebrannt, aber ich brenne direkt. Alles klar. Cool. Scheiße. Das war zu kurz. Zu knapp. Boah, ich hasse es, den Akku-Aku zu verlieren, ey. Scheiße. Ich habe gedacht, ich wäre passend gerutscht. Aber nein, bin ich wohl nicht. Ja, 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 ja. Ich kam nicht hoch. Der hing gerade an irgendeiner imaginären Kante oder so fest. Cool. So. Ach. Ja, da lache ich mich auch aus, lieber Rassel-Säbler. Ich wollte rutschen. So halt. Egal. Dass der mit den Würbeln aber so übertreibt, ey. Das kannst du halt nicht so richtig regulieren, wie ich es gerne würde. Nein. Ich wollte gerade noch bremsen. Ich wollte sagen, warten. Ja, da war es schon zu spät. Scheiße. Nein. Ja, nee, komm. Da wollte ich rutschen. Ich verstehe nicht, wieso man rutscht. Der PS1-Controller hat da auch schon genug Tasten. Warum zur Hölle legt man zwei Sachen auf den gleichen... Ja, fick dich. Auf den gleichen Dings. Das raffe ich nicht. Auf den gleichen Knopf. Karten. Rennen. Springen. 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 Hat gerade so geklappt. Rauf. Weiter. So. Okay, hier muss ich aufpassen. Oh, ficken. Ja, komm. Nein. Oh. Egal, ich laufe mal weiter. Warte. Ist das scheiße. Geist egal, komm. Weiterlaufen. Hoch, hoch. Wieso bleibst du denn manchmal in irgendwelcher blöden Dreckskante hängen, Alter? Ja, egal. Komm. Wieso ist der in die andere Richtung gerutscht? Wieso? Oh. Das Level hier raubt mir, glaube ich, mein Verstand. Hä? Wieso kannst du denn nicht mal rutschen, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Und jetzt komme ich in den Modus, wo ich rage und das ist dumm. Warten. Ragen ist an der Stelle wirklich dumm. So. Lauf. Rüber. So, hier jetzt aufpassen. Fick dich. Bleib doch nicht immer an der Kante hängen. Wieso bleibt der blöde Dax immer an der Kante hängen? Alter, auf einmal sind hier mal irgendwelche komischen Dreckskanten, Alter. Boah, der Level, ne? Ja, komm. Ich warte, ich warte, ich warte. Drehe dich um. Ich will den Akku, Akku behalten. Wobei das zeitlich alles richtig scheiße ist, was ich hier mache. Hätte reichen müssen, aber gut. Ist okay. Ja, komm, dreh dich um. Leck mich. Alter, wozu hast du einen Doppelsprung und so, wenn du den Scheiß nicht benutzen kannst, wie du ihn brauchst. Dreh dich um, du hässliche Drecksmissgeburt. Okay, ja, gut. Also nicht, nicht den rechten Teppich nehmen. Alles klar. Ich lerne langsam, aber ich lerne. Nicht den rechten Teppich nehmen. So, dreh dich um, Eierschopf. So. Hier rauf, da rauf, da rauf. Rutschen. Warten. Rennen. Springen. 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 Äh, kurz hier drauf. So viel Zeit muss es dann doch sein. Okay. Doppelakku, Akku, schon mal gut. Nach Möglichkeit möchte ich den aber nicht verlieren. So viel dazu. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Der ist gerade wieder an irgendeiner imaginären Dreckskante hängen geblieben. Ach, das war doch komplett dumm, Alter. Ja, jetzt habe ich gar keinen Akku, Akku mehr. Glückwunsch dazu. Bist da durchgekommen, um jetzt so eine Scheiße zu machen, Alter. Boah. Hier waren wir auch schon mal, ne? Ach komm, lauf weiter, ehrlich. Komm, den normalen Schüssel, bitte. Danke. Ach, Mann, Alter. Aber. Jetzt sind die Endorphine natürlich am Start. Ruf. So, wir haben jetzt unten alle Level. Ne? Haben wir. Ja, 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 ja. Sollten wir. Glaube ich. Hoffe ich. Sehr gut. Ja, dann. Runter mit uns. Huh. Wir haben jetzt das zur Verfügung. Und das hier. Und da die Zeitrennen machen. Also ich glaube, äh, äh. Aber warte mal. Ah, okay, ja, 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 okay. Hab mich verguckt. Ich dachte, da fehlt der Zeit. Ich wollte sagen, hä? Kann doch gar nicht. Okay. Okay. Wir haben also diese Level. Hatten wir damals auch, aber mithilfe meines Papas freigespielt. Ich selber hab das als Kind, wie gesagt, nicht geschissen bekommen, manche Level. Uff. Ich speicher jetzt. Na, guck mal. 80% und ich speicher nochmal. Muss aber ganz klar sagen, dass ich hier definitiv eine Aufnahmepause mache. In diesem Sinne, meine lieben Tomodachis. Tut mir doch einen Gefallen. Ich bin deutlich geschwitzt, by the way. Okay. Egal. Hat mir den Gefallen nichts zu tun. Tut mir doch bitte einen Gefallen. Wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, dann lasst ein Like auf die Videos da. Kommentiert eventuell, weil das würde mir auch helfen, natürlich, für den Algorithmus und so weiter. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts. Und wenn ihr sagt, ich bin es wert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, damit mein kleiner, feiner Kanal ein wenig wächst. Weil ich bin noch sehr, sehr klein. Und ja. In diesem Sinne, ich bin platt und würde sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Wenn wir dann versuchen, das hier anzugehen. Nun. Ja. Ciao, ciao.